Was sind die häufigsten Ursachen für Schulternervenschmerzen? Schulternervenschmerzen treten auf, wenn die Nerven, die der Schulter und den Armen dienen, zusammengedrückt oder auf andere Weise beschädigt werden. Mehrere Nervenenden verlaufen durch Arme und Schultern, und wenn einer dieser Nerven beeinträchtigt ist, können scharfe Schmerzen in Schulter, Nacken und Armen auftreten. Dieser Zustand wird als Neuralgie bezeichnet und kann in jedem Körperteil auftreten. Schulternervenschmerzen können das Ergebnis eines Traumas oder einer Verletzung, einer Kompression der Wirbelsäule, eines erhöhten Stressniveaus, das zu Muskelverspannungen oder Belastungen führt, und verschiedener Zustände sein, die zu einer Kompression oder Schädigung der Nerven führen. Verletzungen und Traumata führen sehr oft zu Schulternervenschmerzen. Sportler sind besonders anfällig für solche Schulterschmerzen, da der Körper sehr oft Kräften ausgesetzt ist, mit denen er bei Sportveranstaltungen nicht unbedingt umgehen kann. Eine Kompression der Wirbelsäule ist sowohl bei Athleten als auch bei Nichtathleten häufig. Dies kann auftreten, wenn sich die Wirbelsäule aufgrund regelmäßiger Schwerkraft oder übermäßiger Abwärtsbewegung bei sportlicher Aktivität nach unten komprimiert. Eine solche Kompression kann zu einem Druck auf die Nerven führen, die den Schultern und Armen dienen, was zu Schulternervenschmerzen führt. Kompression kann auch zu einem Bandscheibenvorfall in der Wirbelsäule führen, der wiederum die Nerven der Schultern komprimieren kann. Muskelverspannungen oder Belastungen können auch zu Nervenschmerzen führen. Schwächere Muskeln sind anfälliger für Belastungen, da müde Muskeln dazu neigen, sich zu verengen. Verspannte Muskeln können zu einer Kompression der Nerven führen, was zu Nervenschmerzen führt. Die richtige Konditionierung und regelmäßige Bewegung können einer Person helfen, Muskelverspannungen zu vermeiden, wodurch eine der Hauptursachen für Nervenschmerzen vermieden wird. Regelmäßige Dehnübungen können auch dazu beitragen, dass die Muskeln geschmeidig und locker bleiben und Nervenschäden vorbeugen. Abnormalitäten im Körper können auch zu Schulterschmerzen führen. Knochenspuren und Tumore sind zwei Arten von Anomalien, die die Nerven komprimieren oder die normale Nervenfunktion auf andere Weise stören. Knochenspuren sind im Grunde abnormale Knochenwucherungen, die Reibung an anderen Knochen, Bändern, Muskeln oder Sehnen verursachen können. Sie können auch Nerven in bestimmten Körperteilen komprimieren. Tumore sind abnormale Wucherungen, die krebsartig sein können oder nicht. Diese Wucherungen sind hart und faserig und können an bestimmten Stellen des Körpers so viel Platz einnehmen, dass normale Funktionen gestört werden und zu verschiedenen Arten von Schmerzen führen. Tumore müssen häufig chirurgisch entfernt werden, um den Druck auf die Nerven oder andere betroffene Körperteile zu verringern.